hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom challenge projekt auf zwei stern hof mit dem mikado place xd hallo dem tiger farm und dem dark ryzex als lu hallo und dem waruna ja moin so wir starten unsere aufträge weiter oder das lu bei mir weiß noch was es zu tun hat ja kado hat schon wieder ein cb-funk an entschuldige er weiß deine lu auch noch was zu tun hat ich sag ihm das gleich gut dann frohes schaffen und bis später ich zieh euch bei mir ist die steuerung einfach ungekehrt hilfe wenn ich da vorne drücke fette rückwärts und dahinten drücke fette vorwärts das ist ein enhanced vehicle muss die steuerung leertaste drücken dann resettet es sich die musik im hintergrund wo kommt die überhaupt her so ich hab grad gesehen das ist ja endlich nicht mehr drücken ist warum die Fakten kommt aus dem Nichts ich weiß wirklich nicht wo die Herkunft ist und alles geschweigt bei mir ist nur kommt von Farming zu Leidt er hat eine Nachfrage bei FDIB so, jetzt sollte man die nicht mehr machen, oder? Sunflowers? Ne, jetzt ist es aus da kommt der Rücken so, hatte wieder tüftige Geschmacken ja, muss mal wieder ein bisschen dann schalte ich nur zurück fangen wir schon mal noch da oben der Gummi Junge so, wir gucken, dass wir relativ bald fertig werden, oder? dass wir mal losstatten können Dein cb-funk ist ja heftig das ist schlimmer wie cb-funk, dein Rauschen das ist so schlimm, dass es rauskommt ja, schon ich kann schon kein Deutsch machen also stellenweise ist es recht übel so, warte mal, wo ist denn der gute Preis hier? so, wenigstens können wir uns inzwischen mal schneller vorwärts bewegen mit 83 ist das recht gut und dann muss ich natürlich gleich nochmal Silage verkaufen ich weiß nicht, weshalb der Preis wieder so hoch gegangen ist irgendwie zwischen den Aufnahmen und der steigt noch weiter das ist natürlich richtig geil da können wir viel Geld machen ups jetzt hab ich mich verraten so schönes hä? was machen wir denn so schönes? äh, Sachen verkaufen nö, 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 nö die Lage wieso denn? Preis ist doch schlecht na stimmt, das ist immer noch schlecht Mann, ich hätte meine Beine auch verkaufen sollen so gut so gut so gut so gut na ja, der Preis ist miserabel, ja nö 440 400 hm, weiß nicht oder warte ich guck ne 760 sagbar ich muss sie über das Ohr holen hä? ich muss sie nicht übers Ohr holen äh, nö man wollte es dir eigentlich nur nicht verraten aber ich war zu blöd und hab's zu auffällig gemacht ne, keine Ahnung wieso der Preis wieder gestiegen ist letztes Mal war er also letzte Woche ist er runter auf 400 irgendwas das stimmt schon da war der dann bei 690 oder so und dann ist er schlagartig und jetzt gleich runter auf äh ja dann hab ich zwei Leitungen verkauft und dann war der Preis kaputt eigentlich wie heißt den kaputt? du du ich häng schon wieder auf der Silageende das nutzt ja nicht warum hat der LKW so ne schlechte Traktion? du 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 Und das von der Link, oder? Aufladen dauert irgendwie zu lange. Das kostet mich eigentlich viel zu viel Zeit, dieses Silage. Was man für Geld nicht alles macht. Was man für Geld nicht alles macht. Das ist eine Katastrophe. Ja? Hallo, Herr Mikado? Ja bitte. Ich bekäme dann von Ihnen mit Anfahrt fürs Ansehen 900. Sie sind aber laut. Machen Sie mal grad ein bisschen leiser. Haben Sie denn schon alle Felder gebracht? Feld 20. Für 20. Und... Ich glaube, ich hätte dann schon direkt die Nächste aufgegeben. Ja. Würden Sie bitte auch Feld 16 auch mit Gerste am Stand? Ja, kann ich machen. Ich bin grad noch das Geld. Alter, ich bräuchte hier einen persönlichen Rauszieher. Komm, hilf mich mal. Tausend. So. Schön. Okay, danke. Wir kommen zu kurz. Tschö. 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 Ach. 秋об die indischen Schützen. Ich glaube ich schaffe es in der einen Folge einen Ladewagen wegzufahren, weil ich die ganze Zeit festhänge. Das hätte ich nicht gedacht bei dem MKV. Sorry, warte mal, aber ne ich habe ja ein Problem. Das Problem ist meine, die Sperre von der Hinterachse ist auf der gleichen Taste wie mein Newton. Deshalb passiert es manchmal auch unabsichtlich. Bis ich das hier alles leer habe, das wird so lange dauern. Bis dahin ist der Preis bestimmt schon wieder kaputt. Ein Moment, denn da nichts auf. Ops. Ich komme mal zu nichts. Wirklich. Das lohnt sich gar nicht, was ich hier treib. Ne ohne Witz, das ist... Ich brauch viel zu lang bis der Ladewagen voll ist. Ich brauch grad auch was mit dem Ladewagen. Ja. So, also ich komme halt, ich weiß nicht wie es bei Ihnen läuft. Der Ladewagen bleibt die ganze Zeit am Silageberg hängen. Ich komm hier nicht produktiv vorwärts. Aber nicht so viel. Ich hab hier noch 200.000 Silage drin. Also wenn ich pro Folge einen Ladewagen schaff, dann brauch ich noch 5 Folgen bis das alles weg ist hier. Das wär nicht so... Okay, glaub ich. Das wird heute langweilig. Jetzt hängt er schon wieder. Also den Bergmann, den hole ich mir nicht mehr. Ah ne ist der Fendt leider. Das ist doch glaub ich sogar der vom L.O.U. Glaub ich. Ist gar nicht. Du hast doch nicht die Größe gekauft. Ne das ist ja gar nicht meine hier. Ne ich hatte den... Ja ne ich meine, ob du nicht den Thron oder so gekauft hast. Ne ich hatte mal den Shootmaker gemietet. Ah Gott, hier liegt ein Stück Baum mitten auf der Straße. Komm schon. Wieso fahr ich eigentlich gerade 57, wenn ich nur 53 kann. Gita. Ah jetzt 100% alter. Das hat wirklich eine Folge gedauert bis der doofen Ladewagen voll ist. Ja, so schon mal. Ich weiß so wie du dich am Abo schon mal aufgeregt hast, dass da der Shop so doof aussieht, weil da überall diese Paletten und so rumliegen. Ja stimmt, du hattest ja behauptet, dass hier die Paletten von mir sind. Ja stimmt, das sind überhaupt nicht. Von mir sind die nicht. Die sind locker von dir hier. Warte, was haben wir denn hier? Wir haben ja einmal Saatgut. Warte. Ja stimmt, da habe ich eine Palette, zwei Dünger und drei Kalk. Stimmt. Ja. Aber die kann man nicht verkaufen, ja? Die kann man nicht verkaufen, ja? Die muss ich gut verkaufen. Ja, wir brauchen keinen Kalk. Kalken ist aus. Okay. Naja. Okay, wir müssen irgendwas anderes uns überlegen für die nächste Folge, dass es hier vorwärts geht. Kopp, kopp. Hallo. Oh. Ich habe gehört, Folge ist zu Ende. Ja, was? Achso. Da gibt es zu Ende. Echt? Ja. Wenn ich... Denn ich möchte gerne die Abrechnung... Also, sie müssen bezahlen, sagen wir es mal so. Nee. Ich habe kein Geld. Ich muss sagen, ihr Ladewagen ist ziemlich bescheiden. Wenn sie nicht fahren können... Der bleibt die ganze Zeit an der Silasche hängen. Okay, machen sie die Abrechnung. Fahrerisches Können nennt man das. Also. Abbrechen, äh, nützlich vollgemacht werden, wenn es feldfertig wird. Wenn das Leben wird. Wenn das okay werden. Wenn das Geld aber schon heute haben. Äh, für das Nähen einmal 1.000 bitte. Varuna. Und... Und Rezixer ist jetzt auch noch eine halbe Stunde gesehen, ne? Mhm. Feld 16 halbfertig. Das heißt nochmal 900 von Mikado, bitte. Mhm. Mhm. Okay. Gut. Und dann? Dankeschön, Mikado. Ach komm, hier stehen ja bloß 2, 4, 6 Paletten rum. So viel ist es jetzt nicht. Das sieht aber schon nicht so ordentlich aus. Und natürlich, Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. So schaut's aus. Und wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Um 14 Uhr und nächste Folge Challenge-Projekt auf dem 2-Stein-Hof. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.